Hey, Mom. Hey, ich bin wieder zurück. Und was treibst du? Adam Johnson? Adam? Also, Adam wird vermisst, oder? Kids schwänzen gern mal die Schule. Das kommt doch dauernd vor. Hast wohl die Anwesenheitskontrolle für Penn. Der ist nicht der einzige, der fehlt. Du hast einen Knall. Das ist mein Sohn Charlie und seine Freundin. Hi. Jerry ist unser neuer Nachbar. Hey. Hey. Pass auf, wir haben die Vermissten auf einer Karte markiert. Und hier bist du, mittendrin, direkt neben seinem Haus. Ich hasse es dir, das sagen zu müssen, aber dieser Kerl, dein Nachbar. Jerry. Ja, er ist ein Vampir. Das ist ein furchtbarer Name für ein Vampir, Jerry. Hey, Kleiner. Du beobachtest mich und ich dich. Deine Mom, sie hat sowas Gleichgültiges. Das versprüht einen gewissen Duft. Und deine Freundin, die ist reif, Mann. Du solltest gut auf die beiden achten, denn es gibt eine Menge böser Menschen da draußen, Charlie. Ich bringe ihn zur Strecke oder er mich. Nichts dazwischen. Charlie wird mich finden. Genau darauf warte ich. Riechst du das? Das ist deine Angst. Überfahr ihn! Mach ihn Platz! Ist der tot? Hoffe doch. Ach! Du bist du das? Untertitelung des ZDF, 2020